...wischengegangen, Ballverlust. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Tor! Sie machen das Tor! Und das ist ein wichtiges Tor! Vielleicht sogar ein entscheidendes, denn Stand jetzt wären sie aufgestiegen. ...wunderbares Tor, technisch perfekt gemacht. Das traut sich nicht jeder. Die meisten gehen auf Nummer sicher, aber wenn das klappt, dann ist es natürlich...